Herzlich willkommen zum Video über Erdungen. Was erwartet Sie in diesem Video? Als erstes werden wir uns mit den Grundbegriffen der Erdung beschäftigen. Aufbauend darauf gehen wir über den Berührungsstromkreis auf die zulässigen Berührungsspannungen ein. Schließlich beschäftigen wir uns mit Maßnahmen gegen gefährliche Berührungsspannungen. Nach ein paar Formeln zu den Ausbreitungswiderständen von einfachen Erdungskonfigurationen beschäftigen wir uns mit der Bestimmung des spezifischen Bodenwiderstands. Und schließlich gehe ich noch auf Messung der Erdungsimpedanz und Berührungsspannungen ein. Als erstes möchte ich auf die Grundbegriffe der Erdung eingehen. Nehmen wir an, wir haben eine elektrisch leitfähige Struktur. Dies könnte beispielsweise das Portal einer Hochspannungsanlage oder aber auch ein Laternenmast sein. Bei dieser Anlage tritt ein Erdschluss auf, hier mit dem Blitz gekennzeichnet. Dies ist ein Fehler von einem spannungsführenden Teil Richtung Erde. Dabei fließt ein Fehlerstrom, hier mit IF gekennzeichnet. Ein Teil dieses Fehlerstroms fließt über einen Erder als Erdungsstrom IE in das Erdreich. Warum nur ein Teil? Weil an dieser Anlage auch andere metallische Erdverbindungen vorhanden sein können, wie zum Beispiel das Erdseil einer Freileitung, welche einen Teil des Stromes für den Rücktransport zur Quelle übernehmen. Dies ist zum Beispiel abhängig von der Längsimpedanz des Erdseiles und auch von den geometrischen Abmessungen. Der Erdungsstrom, der nun über den Erder in das Erdreich fließt, verursacht abhängig von der Erderform und vom spezifischen Bodenwiderstand an der Erdoberfläche ein Oberflächenpotenzial. Oftmals spricht man hier auch vom sogenannten Spannungstrichter. Dazu müssen Sie sich diese Kurve allerdings umgedreht vorstellen. Das Maximum dieser Potenzialanhebung und einem weit entfernten Referenzpunkt nennt man die Erdungsspannung UE, im Englischen mit Earth Potential Rise bezeichnet. Die Erdungsimpedanz des Erdungssystems ist eine wichtige Kenngröße für das Erdungssystem und ergibt sich aus dem Quotienten der Erdungsspannung und des Erdungsstromes. Ist die Erdungsanlage räumlich nur wenig ausgedehnt, ist dieser Quotient reell und man spricht auch vom Ausbreitungswiderstand des Erders. Nun aber zu den möglichen Gefährdungspotenzialen für Personen oder auch Tieren. Als erstes zur Berührungsspannung. Zwischen den Füßen einer stehenden Person, hier in dem genormten Abstand von einem Meter, und dem metallenen Steher tritt nun ohne Berührung, darum auch dieses kleine rote Kreischen, die sogenannte Leerlaufberührungsspannung auf. Berührt diese Person und den Steher, so fließt aufgrund der Spannungsdifferenz zwischen der Hand und den Beinen ein Körperstrom, der, wie wir schon in anderen Lektionen kennengelernt haben, ab einer gewissen Grenze gefährlich werden kann. Es gibt aber auch noch ein weiteres Gefährdungsszenario einer stehenden Person, nämlich dann, wenn über die Beine eine Spannung abgegriffen werden kann. Man spricht von Schrittspannungen. Wie wir jedoch schon gelernt haben, ist das menschliche Herz gegenüber dem Strompfadfuß-Fuß wesentlich unempfindlicher als über den Strompfad Hand zu Fuß. Dennoch gibt es Situationen, wo genau diese Spannungen auch näher betrachtet werden müssen. Ebenso möglich sind sogenannte Potenzialverschleppungen, bei denen durch einen isoliert verlegten Leiter das Potenzial an eine weitere entfernte Stelle übertragen werden kann. Am Ende dieser Leitung tritt dann auch eine Leerlaufberührungsspannung auf, hier mit UVT2 gezeichnet. Berührt eine hier stehende Person, also diesen Leiter, würde auch wieder ein Potenzial abgegriffen werden. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, hier nicht dargestellt, bei dem das niedrigere Potenzial von außen in den Spannungstrichter verschleppt wird. Jetzt möchte ich Ihnen den Berührungsstromkreis näher bringen. Wir haben vorhin gesehen, dass bei vorhandenen Oberflächenpotenzial eine Spannung abgegriffen werden kann. Ist jetzt noch keine Person vorhanden und würden wir nun die Spannung mit einem hochohmigen Messgerät messen, können wir die sogenannte Leerlaufberührungsspannung ablesen. Sobald eine Person nun dieses Metallteil berührt, fließt ein Körperstrom über die Körperimpedanz. Nun ist es so, dass bei den Händen und den Füßen auch Übergangswiderstände vorhanden sein können. Bei den Händen, wenn entsprechende Handschuhe getragen werden oder eine Isolierschicht auf den Steher aufgetragen ist. Bei den Füßen durch Schuhe, aber auch durch den Übergangswiderstand vom Standort, der sogenannte Standortwiderstand. Dieser hängt von der Größe der Auflagefläche und vom spezifischen Bodenwiderstand ab. Man sieht nun hier im Stromkreis, dass die Berührungsspannung UT, manche sprechen auch von der belasteten Berührungsspannung, nur ein Teil der Leerlaufberührungsspannung ist. Nur dieses UT ist jedoch mit der Körperimpedanz ZT bestimmend für den Körperstrom IB. Daher die zulässige Berührungsspannung, UTP, auch immer als die am Körper auftretende Berührungsspannung angegeben. In der EN 50522 findet man allerdings auch zulässige Werte für die Leerlaufberührungsspannung, für gewisse Annahmen der Zusatzwiderstände. Und hier sehen Sie nun die nach der Norm OVe EN 50522 zulässige Berührungsspannung, im Englischen T, die Permissible Touch Voltage genannt. Daher hat sie auch im Index das T und das P stehen. Auf der horizontalen Achse ist die Fehlerzeit in Millisekunden eingetragen. Diese hier angegebene Berührungsspannung können Sie sich für die unterschiedlichsten Berührungsszenarien auch selbst berechnen, wie wir ja schon in einer anderen Lektion gesehen haben. Hier bei dieser Norm werden die zulässigen Berührungsspannungen berechnet, indem für verschiedene Berührungsszenarien, also zum Beispiel eine Hand, beide Füße oder beide Hände, beide Füße, die Werte gewichtet werden. Eine Erdungsanlage muss nun so design sein, dass die auftretende Berührungsspannung die zulässige Berührungsspannungen UTP nicht überschreiten. Aber was tun, wenn die zulässigen Berührungsspannungen Berührungsspannungen überschritten werden? Mit dieser Frage kommen wir zu den Maßnahmen gegen unzulässige Berührungsspannungen. Als erstes schauen wir uns Maßnahmen an, die die abgreifbare Leerlaufberührungsspannung verkleinern. Wir manipulieren also die Quelle in unserem Berührungs- Stromkreis. Eine Möglichkeit wäre, die Erdungsanlage zu vergrößern. Somit hat man eine kleinere Erdungsimpedanz und bei gleichem Erdungsstrom wird der Potentialrichter niedriger. Das erkennt man hier an der gelben Potentialverlauf, beziehungsweise an der Berührungsspannung 2, also UVT2. Dies erreicht man am geschicktesten, wenn man die Erdungsanlage mit einer anderen, einer größeren Erdungsanlage verbindet, wie das klassisch zum Beispiel mit dem PE-Leiter gemacht wird. Auch die Nullung bewirkt eine Verbindung mehrerer Erdungsanlagen. Man kann aber auch die Erdungsanlage ausweiten, was aber oft gar nicht so leicht ist, da meistens nur ein begrenzter Platz vorhanden ist. Es gibt aber auch noch andere Methoden, zum Beispiel die Potentialsteuerung. Hier verlegt man in den Boden blanke Leiter, die mit dem Erder verbunden sind. Oft tragen diese auch dazu bei, dass die gesamte Erdungsimpedanz kleiner wird, aber der eigentliche Zweck der Potentialsteuerung ist, dass in dem Bereich, wo die Person nun steht, das Erdpotential durch diesen Leiter ebenso angehoben wird und daher die abgreifbare Spannung kleiner wird. Dies ist hier in Rot mit dem UVT3 dargestellt. Diese Methode verwendet man zum Beispiel bei Trafostationen, bei Zäunen von Umspannwerten oder auch bei Masterdungen. Was noch fehlt, ist der sogenannte Potentialausgleich, wo zum Beispiel verschiedene metallische Gehäuse miteinander elektrisch-leitfähig verbunden werden, sodass dort auch keine Spannung abgegriffen werden kann. Hat man einen metallischen Boden, hat man überhaupt eine Äquipotentialfläche. Hier nun in Grün dargestellt. Und in diesem Bereich kann dann auch keine Berührungsspannung abgegriffen werden. Vorhin haben wir die Leerlaufberührungsspannung verkleinert. Jetzt kommen die Maßnahmen, die an anderer Stelle auf den Berührungsstromkreis einwirken. Wir erhöhen die Zusatzwiderstände. Man kann hier zum Beispiel eine schlechte leitfähige Oberfläche in dem direkten Aufenthaltsbereich vorsehen, zum Beispiel durch eine grobe Schotterung, Asphalt oder isolierenden Belag. Dies erhöht den Ausbreitungswiderstand der Standfläche, hier mit den beiden Halbkreisen dargestellt. Bei gleicher Leerlaufberührungsspannung, UVT, fällt nun eine kleinere Berührungsspannung am Körper ab. Das gleiche kann man an dem berührbaren Teil machen. Diese können generell aus nicht leitfähigem Material, wie zum Beispiel Holz oder Kunststoff hergestellt werden. So gibt es zum Beispiel spezielle Zäune, die nicht leitfähig sind oder auch Holzmaste fallen in diese Kategorie. Oder aber es wird eine isolierende Abdeckung oder Beschichtung hergestellt. Der Haken bei den Beschichtungen ist jedoch die Haltbarkeit, insbesondere unter UV-Strahlung. Der dritte Punkt ist, entsprechende Schuhe zu berücksichtigen oder auch bei Arbeiten Handschuhe vorzuschreiben. Dies geht aber nicht im allgemeinen zugänglichen Bereichen oder in Bereichen, wo Personen üblicherweise auch barfuß unterwegs sind, zum Beispiel in Gärten, Schwimmbädern, Campingplätzen etc. Nun gehen wir mehr ins Detail bei dem Erder selbst. Der Ausbreitungswiderstand eines Erders ist eine wichtige Kenngröße. Mit einfachen Näherungsformeln lässt sich dieser und damit bei bekanntem Erdungsstrom die maximal auftreibbare Erdungsspannung grob abschätzen. Das klassische Beispiel, weil analytisch leicht herleitbar, ist der Halbkugelerder. In einem homogenen Erdreich mit dem spezifischen Bodenwiderstand, Rho e, in O-Meter ergibt sich das Verhältnis zwischen der Erdungsspannung und dem Erdungsstrom, also der Ausbreitungswiderstand, zu Rho e durch Pi mal d. Allerdings kommt solch ein Halbkugelerder in der Praxis selten vor. Aufgrund seiner Symmetrie und der Einfachkeit kann man damit allerdings schnell das Oberflächenpotenzial bei bekanntem Erdungswiderstand abschätzen und z.B. Mindestabstände für diverse Maßnahmen festlegen. Weitere einfache Formeln ergeben sich für den Tiefenerder. Je nach Länge ergibt sich der Ausbreitungswiderstand 1 bis 1,5 mal dem Rho durch der Länge des Tiefenerders. Für kürzere Erder, z.B. 10 Meter, reicht der Faktor 1. Für längere Erder muss man wegen der Längsimpedanz zum Faktor 1,5 heranziehen. Analog dazu der horizontale Erder oder Banderder. Hier sieht man schön an der Formel, dass im Vergleich zum Tiefenerder bei gleicher Länge mit einer Verdopplung des Ausbreitungswiderstandes zu rechnen ist. Als Eselsbrücke dient hier die Vorstellung, dass der Großteil des Stromes nur nach unten abgegeben werden kann, weil überhaupt des Erders vergleichsweise wenig Überdeckung ist und dadurch nur das halbe Erdreich wirksam ist. Ganz analog zum Banderder berechnet sich ein Ringerder. Hier braucht man mehr oder minder nur die Länge des Erders berücksichtigen. Bei einem Durchmesser d ergibt sich demnach der Umfang d mal Pi als die Länge des Erders. Vermascht man diesen Ring, beziehungsweise im Extremfall, wie hier jetzt dargestellt, hat man überhaupt eine leitfähige Platte als Erder mit dem Durchmesser d, dann sinkt der Ausbreitungswiderstand bis zu Rho e durch zweimal den Durchmesser. Wichtig zu wissen ist auch noch, dass die Erder sich gegenseitig beeinflussen und z.B. zwei tiefen Erder nebeneinander nicht automatisch die Hälfte des Erdungswiderstandes ergeben. Weiters ist für einen niedrigen Ausbreitungswiderstand eine große Ausdehnung des Erdungsnetzes nötig. Eine Vermarschung innerhalb des Erdungsnetzes bringt vor allem einen Potenzialausgleich und verringert dadurch die Berührungsspannungen innerhalb des Erdernetzes. Einen Parameter haben wir bisher einfach nur angenommen, den spezifischen Bodenwiderstand. Wie kann man diesen bestimmen? Einfache Antwort, messen. Man steckt vier Sonden in einem definierten Abstand in den Boden, speist einen Strom ein und misst die Spannung. Den spezifischen Widerstand kann man sich aus dem Verhältnis der Messspannung und dem einspeisenden Strom berechnen. Wobei hier noch ein Faktor K zu tragen kommt, der sogenannte Geometriefaktor. Dieser ergibt sich durch die Abstände zwischen den Sonden. Beim Verfahren nach Wender haben alle Sonden den gleichen Abstand. Bei den äußeren beiden wird der Strom eingespeist und bei den mittleren beiden wird die Spannung gemessen. Der Geometriefaktor ergibt sich zu 2 mal Pi mal A. Der spezifische Bodenwiderstand ergibt sich somit zu 2 mal Pi mal A mal Um durch Im. Aber warum ist hier beim Rho nun ein Index A und nicht der Index E? Weil dies nur ein Scheinwiderstand ist. Der eigentliche Untergrund ist in der Praxis nie homogen. Das heißt, für verschiedene Abstände A misst man auch unterschiedliche spezifische Bodenwiderstände. Diese Scheinwiderstände geben einen ersten Hinweis, wie der Boden beschaffen ist. Die Werte für das Berechnungsmodell muss man sich daraus erst ermitteln. Dazu gibt es beispielsweise im IEEE Standard STD80 ein Verfahren. Manche Software erlaubt aber auch die Eingabe von mehreren Messwerten und ermittelt dann automatisch die dazu korrespondierenden Schichten für die Berechnung. Die Messung des Bodenwiderstands ist wichtig, insbesondere in der Konzeptionsphase. Wenn eine Anlage fertig ist, kann man jedoch auch direkt die Erdungsimpedanz und die Berührungsspannungen messen. Das Grundprinzip dabei ist denkbar einfach, wie auch schon beim spezifischen Bodenwiderstand. Es wird ein Strom eingespeist und eine Spannung gemessen. Hier sehen Sie nun eine Erdungsanlage, eine Maschenerde, dessen Ausbreitungswiderstand ermittelt werden soll. Hierzu verbinden wir nun das eine Ende einer Stromquelle mit dem zu untersuchenden Maschenerde. Nur wohin mit dem zweiten Erde? Hier unterscheiden sich dann bereits die Messmethoden. Man kann entweder ein bereits vorhandenes Erdungssystem, das einer Nachbarstation verwenden, das mit einer Leitung verbunden ist, oder aber man bastelt sich selbst eine Gegenelektrode. Diese besteht im Wesentlichen aus ein oder mehreren parallel geschalteten Erdspießen, in einem möglichst weit entfernten Abstand von der zu untersuchenden Erdungsanlage. Der Strom kann nun, wie mit den roten Pfeilchen angedeitet, im Kreis fließen. Fehlt noch die Messung der Spannung. Auch hier unterscheiden sich verschiedene Methoden, nämlich wo die Spannung gemessen wird. Aus dem Quotienten der gemessenen Spannung und des einspeisenden Stroms ergibt sich somit die Erdungsimpetanz. Es gibt mehrere Methoden, wie die Erdungsimpetanz einer Anlage bestimmt werden kann. Was sie alle gemeinsam haben? Eben die Strominjektion und die Messung einer Spannung. Die Unterschiede liegen, wie bereits erwähnt, bei der Art der Gegenelektrode, aber auch in der Stromstärke, wie zum Beispiel in der Art der Aufbringung des Stromes, ob dies nun mit Batterie, Wechselrichter, einem Dieselgenerator oder mit einem echten Erdschluss ist. Auch bei der Frequenz des injizierten Stromes unterscheiden sie sich. Manche Methoden arbeiten mit Netzfrequenz bzw. Gleichstrom, messen bei leicht oder etwas mehr von der Netzfrequenz abweichenden Frequenzen. Aber auch für transiente Vorgänge gibt es eigene Messverfahren. Im Zusammenhang mit der Frequenz und der Stromquelle unterscheiden sich die Methoden dann auch noch anhand der Störgrösseneliminierung. Während stromstärkere Methoden, eher mit Schwebung oder Umpolungsmethode funktionieren, gehen die Methoden mit Batterien und Wechselrichter in Richtung Frequenzselektiver Messung. Und als letzten Punkt, wie auch schon zuvor erwähnt, die Position der Spannungsmesser. Bei jeder Messung, wenn wo ein Strom injiziert wird, können auch die Berührungsspannungen direkt gemessen werden. Und genau die Berührungsspannungsmessung wollen wir nun näher betrachten. Wir wollen also diese Situation hier beurteilen. Insbesondere, wenn eine Person den Stör berührt, fließt ein Körperstrom. Und die Berührungsspannung am Körper, dieser rote Pfeil hier zwischen den Händen und Füßen, interessiert uns. Als erstes stecken wir in 1 Meter Entfernung einen Spieß und messen die Spannung zwischen Steher und Spieß mit einem hochohmigen Voltmeter und erhalten so die Leerlaufberührungsspannung. Mit einem 1 Kilo Ohm Widerstand, repräsentativ für die Körperimpedanz, belastet man nun diesen Berührungsstromkreis. Dies stellt dann die Situation dar, wenn eine Person nun diesen Steher tatsächlich berührt und ein Körperstrom zum Fließen kommt. Man stellt hier also den gesamten Berührungsstromkreis mitsamt den Zusatzwiderständen dar. Gemessene Spannung ist naturgemäß niedriger als die Leerlaufberührungsspannung. Kann man keinen Spieß in den Boden treiben, zum Beispiel im Asphalt, einstecken, kann man auch eine Platte verwenden. Diese sollte mit mindestens 70 Kilogramm beschwert werden. Und wo misst man diese Spannungen nun? Bei allen berührbaren metallischen Teilen, wie zum Beispiel Zäune, Steher oder Tore. Bei den Toren auch immer auf die geöffnete Situation achten. Und wie messen wir das Ganze? In 1 Meter Abstand, mit Spieß oder Platte und am besten belastet und unbelastet mit einem Kilo Ohm für die Körperimpedanz. Was sollen Sie aus der Lektion nun mitgenommen haben? Erdungen und Potenzialausgleich sind sehr wichtig, um im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden. Meistens gilt die Devise, alles im Normalbetrieb spannungsfreien, elektrisch leitfähigen Materialien gut miteinander verbinden. Dann können auch keine Berührungsspannungen auftreten. Aber Vorsicht ist allerdings bei Hochspannungsanlagen geboten. Hier könnten unerwünschte Potenzialverschleppungen in allgemein zugängliche Bereiche auftreten. Aber auch die elektromagnetische Verträglichkeit, die EMV, ist zu beachten. Nicht, dass man beispielsweise für Rückströme auf einmal sehr attraktive Pfade bildet und sogenannte vagabundierende Ströme an Stellen herumgeistern, wo wir sie nicht haben wollen. Diese verursachen magnetische Felder und empfindliche Geräte könnten gestört werden. Daher im Zweifelsfall unbedingt nachfragen und genauer hinschauen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei diesem Video über Erdung und Potenzialausgleich. Video über Erdung und Potenzialausgleich. Video über Erdung und Potenzialausgleich.